Schau, wie Jesus in Matthäus Kapitel 23 ab Vers 13 predigte. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt, ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Sprechte Jesus, wenn du einen roten Buchstaben hast, wirst du sehen, dass diese Wörter für dich rot sind. Dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange betet. Darum werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Matthäus 23,15 Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Dass ihr mehr und mehr durchseht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn es gewohnt ist, magt ihr einen Sohn der Hölle aus ihm? Zweimal mehr als ihr seid. Wehe euch, ihr Blinden, für! Die ihr sagt, wer beim Tempel schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Gold des Tempels schwört, das gebunden, ihr Narren und Blinden! Was ist denn größer? Das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt. Und wer beim Brandopferalter schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Opfer schwört, das darauf liegt, der ist gebunden, ihr Narren und Blinden! Was ist denn größer, das Opfer oder der Brandopferalter, der das Opfer heiligt? Darum wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Wer euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Hanis und den Kümmel verzehntet und das Wichtige im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben, dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr Blinden, für! Die ihr die Mücke aussiebt, das Kammerlaber verschluckt. Wer euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit, du blinde Pharisäer. Reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werdet. Wer euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünschten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind, so erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht. Inwendig aber seid ihr voller Heuchlei und Gesetzlosigkeit. Wer euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes des Propheten schuldig gemacht. So gebt ja ihr auch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll, ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen. Oh, aber wir müssen mehr wie Jesus predigen. Wir müssen mehr wie Jesus teilen. Weil Jesus mit all den Huren und unsüchtigen und bösen Menschen rumhing und ein Bier mit ihnen trank. Er hat nur Liebe gepredigt, nur Liebe. Keine Hasrede. Hat jemand jemals das erste Buch des Neuen Testaments gelesen? Vielleicht sagst du, du redest zu viel über das Alte Testament, geh ins Neue Testament. Hey, das ist das erste Buch. Buch 1 des Neuen Testaments. Weißt du was, wenn du zu Buch 27 gehst, wird es noch schlimmer. Offenbarung. Und weißt du was, dazwischen gibt es viel hartes Predigen. Schau, ich könnte das Alte Testament für die nächsten 365 Tage niemals öffnen. Ich könnte ein ganzes Jahr lang aus dem Neuen Testament heraus hart predigen. Und du würdest den Unterschied nicht einmal bemerken. Das Fazit ist, dass die Menschen heute ein paar süße und leichte Dinge aus dem Neuen Testament heraussuchen und den Rest des Neuen Testaments ignorieren wollen. Sie ignorieren das gesamte Alte Testament. Schau, wir können genauso viele süße und leichte Dinge aus dem Alten Testament heraussuchen. Es gibt viele schöne, freundliche, liebevolle und höfliche Stellen des Alten Testaments, ebenso wie im Neuen Testament. Die Bibel im Alten und im Neuen Testament ist eine Mischung aus dem Positiven und dem Negativen. Das, was erhebend ist und das, was zurechtweist und korrigiert. Es ist eine Mischung aus beidem. Aber heute haben wir nur positiv klingende Prediger. Die solche Stellen vermeiden würden. Sie vermeiden viel von Jeremia. Weil sie nicht in den Stock landen wollen. Wieso? Und das ist die ehrliche Wahrheit. Sie würden lügen und sagen, nun, ich bin einfach nicht einverstanden mit allen harten Predigten. Nein, nein, du stimmst zu. In deinem Herzen weißt du, dass es wahr ist. Du willst nicht in den Stock gehen. Du willst nicht verfolgt werden, deshalb wirst du nicht hart predigen. Das ist die Wahrheit.